Herzlich willkommen beim Podcast von Alex Partners. When it really matters. Wir helfen Unternehmen, wenn für sie alles auf dem Spiel steht. Schnell, erfahren und global. Proaktiv handeln und die Kontrolle behalten. Dann stoßen sie nicht überall immer auf Gegenliebe. Welche Wege führen zum Turnaround? Man denkt dann zwei- und dreimal nach, ob das so funktioniert, welche Risiken es gibt. Wenn jeder am Ende des Tages beiträgt dazu, dass es gelingen kann, dann wissen sie, dass es funktionieren wird. Welche Entscheidungen sichern Produktion und Arbeitsplätze in Zukunft? Wir haben gesagt, statt in drei Jahren wollen wir diese Transformation in einem Jahr machen. Man braucht wirklich eine gute Story, die ehrlich ist und die einfach zu kommunizieren ist. Was ist für den Mitarbeiter nachher besser als vorher? Im Podcast von Alex Partners unterhalte ich mich jeden Monat mit einem Unternehmensberater oder einer Unternehmensberaterin, die Ihnen und mir im Gespräch einen Blick hinter die Kulissen ihrer täglichen Arbeit gewähren. Jedes einzelne Projekt und jede Klientensituation ist anders, aber alle weisen eine Gemeinsamkeit auf, nämlich die Notwendigkeit zu entschlossenem und oft zeitkritischem Handeln. Sei es bei dringenden Performance-Verbesserungen oder komplexen Restrukturierungsprogrammen. Meine Gäste sprechen auch über den Druck und die Verantwortung in ihrem Alltag und wie sie mit Strategie, Verhandlungsgeschick und organisatorischem Können Unternehmen transformieren und wieder fit machen für die Zukunft. Ihre Arbeit beginnt dann, when it really matters. Jeden Monat gibt es eine abgeschlossene Folge von 15 bis 20 Minuten Länge, moderiert von mir, Paul-Johannes Baumgartner. Wenn Sie noch mehr Podcast-Folgen von uns hören möchten, abonnieren Sie uns ganz einfach in Ihrer Podcast-App und erhalten so automatisch eine Nachricht, wenn eine neue Folge verfügbar ist. Mehr Informationen zu unserem Unternehmen und den direkten Kontakt zu uns finden Sie in unseren Shownotes. Wir freuen uns über Ihr Feedback an die E-Mail podcast at alexpartners.com Und wenn Sieไม centre einenbre路biden between die E-Mail podcast und die E-Mail podcast mir haben, 먹어�. Vielen Dank.